Moin Moin und herzlich Willkommen hier bei einer weiteren Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Signalator. Und zwar befinden wir uns heute, wie ihr vielleicht gerade so erahnen könnt, auf der Map Wien und ganz klar passend dazu mit dem Wiener Hochflubus, ich glaube LU200 heißt das Viech. Und wir werden heute fahren die Linie 24A von Kagran, wo wir uns aktuell befinden, bis durch zur Invalidensiedlung. Das natürlich mit dem, ja nicht mehr so ganz so brandwein, aber auf jeden Fall mit dem aktuellen Omnibus 2.1 Update. Und ja, ich bin den Bus schon ganz lange nicht mehr gefahren. Die Map, ja gut, ich habe nochmal zwischendrin gefahren, aber halt nicht mit dem Bus. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, wie das denn hier noch so alles funktioniert. Aber ja, schauen wir mal, wie es so geht. Und da ich natürlich professionell bin, habe ich sowas natürlich nicht vorbereitet. Einfach mal schauen, wie es denn so geht. Also Motor gestartet kriege ich, glaube ich, gerade noch so. Boah, es funktioniert unglaublich, gell? Ähm, Fahrplan habe ich natürlich auch schon. Licht im Innenraum hat immer Vorteile. Und jetzt widmen wir uns zuerst mal dem Zielrollband vorne, haben wir ja eins. Also, vielleicht ein bisschen Standlicht an und dann schauen wir mal auf das Zielrollband, was denn das so sagt. Boah, in der Geschwindigkeit, also... Ich glaube, da waren wir heute nicht mehr fertig. Und ich glaube, das Ziel, das wir benötigen, ist auch relativ weit hinten. Also, naja. Mal schauen. Hallo? Aber zumindest können wir oben rechts die tolle Wieder-U-Bahn begutachten, die da in der enormen Geschwindigkeit gerade lang rauscht. Warum fangen wir mit der Linie 40a an auf dem Linienrollband? Das verstehe ich nicht so ganz. Jetzt kommt die 10. Denn wie wir alle in der Schule gelernt haben, ist es natürlich so, dass die 40 im Zahlenalphabet... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im arabischen Zahlensystem mal ganz klar vor der 10 kommt. Das haben wir ja alle so gelernt, sogar schon in der Grundschule. Und es ist natürlich die einzigste richtige Reihenfolge natürlich auch hier auf dem Zielrollband, weil alles andere wäre totaler Schwachsinn. Ich meine, dass es irgendwie so nach aufsteigenden Zahlen sortiert werden würde. Ach, jetzt kommt die 4. Ach, ja klar, das muss so. Rotundenbrücke, aha. Nein, müssen wir nicht hin. Wir faust uns jetzt mal ein bisschen heute überhaupt noch irgendwo hin, wenn wir nicht irgendwie viel zu spät sind. 23a ist schon mal nicht schlecht. Da müsste genau gleich 24a kommen. Ich würde sagen, wir belassen es hier mal bei Kagram. Denn damit die Leute nicht gleich den Bus stören, weil ich muss ja noch ein bisschen mit der Türsteuerung noch ein bisschen vertraut machen, weil, wie gesagt, den Bus, den habe ich schon eigentlich mehr in Betrieb gehabt. Wir drehen erst mal alle Pedale durch. Und ansonsten, denke ich, haben wir an alles gedacht. Ne, die Ansagen noch. Also, die Ansagen bedienen wir hier über unser tolles Ansagensteuergerät. Und das Toll an dem Gerät ist ja, dass es quasi die Ansagen immer komplett durchspult. Das heißt, es ist nicht so, wie man es normalerweise kennt, so routenbasiert. Das heißt, dass es, je nachdem, welche Route man eingestellt hat, nur bis zu einem bestimmten Endpunkt geht. Oder es ist ein paar einige Hallestellen auslässt, die man halt nicht anfährt. Aber das Teil ist so gestellt, dass es irgendwie immer alles abspielt. Das heißt, ich habe mir in weißer Voraussicht auf dem linken Bildschirm von mir die Ansagenliste, die dabei war, eingeblendet. Das heißt, ich kann auch immer gleich sehen, welche Ansagen ich ganz schnell wegdrücken und überspringen muss, damit die Leute nicht verwirrt werden. Also, ich denke, dank der professionellen Vorbereitung dürfte das kein Problem sein. Der Fahrplan müsste hier auch irgendwo hängen. Ach, hier. 7.42 Uhr geht es los. Wir fahren bis 18.10 Uhr. Und wie ich sehe, fahren wir über Nebenfahrbahn und über den Algenweg. Das heißt, das sind eigentlich, glaube ich, so ziemlich alle Schlenker, die wir machen können. Bis auf den Schlenker bei der Schule, den fahren wir nicht. Also, das ist nur eine Endhaltestelle. Das heißt, jetzt dürfte hier soweit der, ja, größte Schlenker sein, die wir machen können. Natürlich auch passend hier zur Hauptverkehrszeit. Ich habe eben eingestellt, es ist montags, morgen zum kurz vor 8. Das heißt, schauen wir auch mal, wie es staumäßig aussieht. Damit wir nicht zu viel zu spät kommen. Ziehen wir auch gleich mal vor, würde ich behaupten. Oh, jetzt blenden die Sonne natürlich gleich. So. Wir müssen ja nach dahinten, das heißt, im Wettbewerb am besten, der Bahn hinterher. Einfach so einmal um die Schiene rum und dann, da passt es. Genau, würde ich behaupten. Stoppschild war es. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Das heißt, wir fahren einfach hier rechts rum. Ich hoffe, dass es die richtige Seite ist. Äh, lauft mal schneller. Dankeschön. Ja, die sind aber auch total alle schmerzfrei. Also, die laufen auch einfach hier grün. Das ist natürlich toll. Und dann sind wir auch schon gleich da. Also, wie gesagt, um 42 geht es los. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Was ist denn das hier? Das hier ist 45. Das heißt, wir haben gerade 40. Das heißt, ich kann mich noch mal ein kleines bisschen mit der Türsteuerung vertraut machen hier hinten. Also, irgendwie ist es ja so, soweit ich mich erinnern kann, kann man die Tür 1 gesondert öffnen und der Rest läuft über der Türfreigabe. Das heißt, ich drücke einfach mal gerade alle Knöpfe durch, was denn dann passiert. Also, Tür 1 aufmachen, aber alles wäre Freigabe. Tür 2 ist löschen. Und die Haltestellenbremse bedient quasi die Tür 1. Interessant. Na gut, so kompliziert dürfte es gar nicht sein. Ah, Ziederrauban vergessen. Das müssen wir natürlich nochmal umstellen auf, auf, auf. Invalidensiedlung. Ich hoffe, dass unsere Fahrgäste dort nicht wohnen werden müssen, nachdem sie mit uns gefahren sind. Das wird sicher zeigen. Jetzt bleiben wir die Leute da vorne. Die wollen alle mit. Hilfe. Passt überhaupt alle rein? Man weiß es nicht. Wer hat noch ein bisschen weiter hinten, dass sie vielleicht auch alle Türen benutzen. Was sie, glaube ich, auch tun. Ja, wunderbar. Braut sie mit diesen Fahrgästen rumschlagen. Igitt-Fahrgäste. Aber wir grüßen tun uns trotzdem. Guten Tag. Ich denke, wir haben ja noch ungefähr eine Minute Zeit. Das heißt, wir können uns mal den Bus so ein bisschen von innen angucken. Also, da vorne sitzen dann also wir. In diesem hochwertig beklebten Fahrerarbeitsplatz. Mit dem Plastikeinstieg und den tollen Plastik-Sitzen und Plastik überall. Naja. Also, ich denke, wenn man in Wirklichkeit mit dem Bus fährt, ist es schon... Zumindest sieht er so aus, als würde es scheppern wie das letzte Teil. So wie ein... Ja, wie die Busse von MAN, die ja auch schon zwei Monate nach Auslieferung irgendwie scheppern wie ein... ...zehn Jahre alter Mercedes. Das könnte ich mir auch so vorstellen, dass es hier ungefähr so dieses Gefühl ist. Aber schön gemacht ist er auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Vorbild... Naja, ist mir persönlich nicht so sympathisch, aber... Der Bus hat doch schon was. Jetzt haben wir... Ja, ich denke, es dürfte ungefähr 42 sein. Das heißt, wir dürfen die Freigabe. Und ab dafür. Jetzt können wir auch schon die erste Ansage schalten. Mal gucken, ob es funktioniert. Das müsste Steigenteschgasse sein. Steigenteschgasse. Umsteigen zur Linie 94 A. Da wird aber recht haben, der Herr. Und ich finde die Ansage auch echt toll. Also, der... Der Typ, der ist nur sympathisch. Von Grund auf. Aber ich den wienerischen Akzenten sowieso total toll finde. Also, generell Akzente finde ich toll und... Ich kann sowas halt nicht nachmachen. Also, wirklich, wenn ich irgendwann mal versuchen sollte, hier in meinem Let's Play irgendeinen Akzent nachzumachen. Hört einfach weg. Ich warne euch da jetzt einmal vor und... Weil es hört sich wirklich komplett jabbig an. Ich kann das nicht. Gut, da vorne war so rot. Wie wir sehen, der Kollege steht hier auch noch. Welche Linie ist denn das? Die Linie 25 A. Hat er es vorhin gesagt, dass er darum umsteigen kann? Keine Ahnung. Und was ist 94 A? Man weiß es nicht. Nehmen wir mal den Gang raus. Da wir ja keine Haltestellenbremse haben, die wir irgendwie in der Ampel betätigen können. Ohne dass es gleich die Tür freigaben und so um die Ohren schlägt. Nehmen wir einfach mal den Gang raus. So gegen Grün hätte ich aber vielleicht trotzdem nichts einzuwenden. Generell so finde ich ganz schön. Ich glaube, wir haben hinten total das Linienrollband vergessen. Ja, haben wir. Egal. Dann ist er... Ich bin sowieso total Oh-307 geschädigt. Denn da ist er so, dass man quasi gleichzeitig mit dem Zielrollband auch die Linie einstellt, wie sie quasi hier auch vorne und an der Seite ist. Aber irgendwie hinten möchte ich das nicht so ganz so. Deswegen muss man das von Hand einstellen, was ich persönlich ein bisschen seltsam finde. Aber wir wollen uns ja nicht unnötig Arbeit machen. Und die Fahrgäste kennen sich ja aus im Gegensatz zu uns. Deswegen brauchen wir das nicht. Hoffe ich mal. Ich hoffe auch nur, dass der Bus hier vor uns nicht die ganzen Fahrgäste wegschnappt. Obwohl ich ja generell kein Problem damit hätte. Muss immer nicht so voll und haben lieber ein bisschen... Ja, jetzt rollt er weiter vor. Also kann ich ja auch mal entscheiden. Ach, die Vorderung läuft auch per Freigabe. Interessant. No, ich kann noch keine Heizung einschalten. Ja, ich sehe, ich kann es einfach nicht. Ich weiß vor allem auch gar nicht, wie die Heizung hier funktioniert. Also der Bus ist ein Mysterium. Man könnte natürlich die Beschreibung lesen, die dabei war. Aber es ist Luxus, das braucht kein Mensch. Mit überbewertet. Ganz klar. Das wird wohl so sein. Und toll finde ich auch, dass hier relativ viele KI-Verkehr ist. Also wir sehen hier ganz viele Züge, wir sehen ganz viele Busse. Das macht das Ganze auf jeden Fall wesentlich lebendiger. Und ja, gleicht auch quasi das ein bisschen damit aus, dass die Map nicht mehr so... Ja, komplett auf dem neuesten Stand quasi der Bautechnik ist. Also nur die Map alleine von der Gestaltung her, ja, ob die jetzt unbedingt Payware-Qualität hat, ist die Frage. Also gerade durch die eingebauten Gebäude würde ich schon sagen, ja. Aber gerade im Überland ist die Gestaltung teilweise ein bisschen leer. Aber es hat schon ein bisschen was. Und gerade im Zusammenspiel mit den ganzen Bussen und den Bahnen ist es schon gerechtfertigt, dass man das hier quasi als Payware-Add-on verkauft hat. Und jo, ich bereue es auch nicht. Also ich fahre zwar relativ selten hier, aber so für ab und an mal ein bisschen was anderes sehen ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und toll ist auch, dass die Wiener Fahrgäste da relativ schmerzfrei mit den Fahrkarten sind. Das heißt, sie wollen gar keine haben. Habe ich auch nichts dagegen, kann mal ganz entspannt vorne drin sitzen. Ja, entspannt, ja. Und einfach mal fahren, ohne großartig sich um die Fahrgäste Gedanken machen zu müssen. Toll finde ich auch hier den Tacho in dem Bus. Also es ist ja so, normalerweise geht ja der Tacho bei Bussen irgendwie bis 100, 120. Der hier geht bis 80. Das heißt, man hat schon viel früher den Eindruck, schnell zu fahren. Und man denkt auch, die Beschleunigung ist hier voller Burner. Wobei sie wahrscheinlich nicht anders ist als anderswo. Aber jo, ich denke, man bremst auch relativ weich. Oder halt wesentlich weicher. Weil man ist so gewohnt, dass sich die Tachonadel nicht und halt nur zu einer bestimmten Schnelligkeit nach links bewegen sollte. Und wenn man dann drüber ist, denkt man auch, komm, es beschweren sich die Fahrgäste wieder, bremsen wir noch ein bisschen langsamer. Und so bekommt man den Eindruck, als wird man schon relativ früh stark bremsen. Und deswegen fährt man, denke ich, ein bisschen gediegener hier. Mit dem Bus. So wird es wohl sein. Und stehen auch ganz gediegen an einer roten Ampel. Vornehm ist mal rechts rum. Die Ansage habe ich schon geschaltet, oder? Müsste. 2.1 steht da. Das heißt, Kageraner Platz. Würde euch den gesuchten Kageraner Platz sein. Danke fürs Nachladen. Hallo? So.